Erstmal Urteil, ich habe special Neuigkeiten für dich und zwar, wieso special, das haben nur Affiliates von IQ Option bekommen. Worum es geht, erkläre ich dir gleich, worum geht es noch in diesem Video und zwar Trade.eu hat einen neuen Broker am Start, wenn du dich dann beim Broker anmeldest, dann bekommst du Premium inklusive des Templates und aller Trading Software Anleitung, dies, das, alles komplett umsonst, nur für eine Brokeranmeldung, genaue Details gibt es gleich und welcher Broker das ist, verrate ich dir auch noch nicht jetzt, sondern gleich, also schau das Video bis zum Ende. Außerdem geht es in diesem Video um meinen YouTube Kanal, ich habe bald meine 1000 Abonnenten geknackt, ich verschenke auch ein Special Paket an einen Abonnenten, der jetzt, ab jetzt kommt und auch dieses Video hier kommentiert. Das ist eine geile Idee, das mache ich so. Ich denke mal, die nächsten 20 Abonnenten kriege ich bis zum nächsten Video und dann löse ich auf, wer das Special Geschenk bekommt. 400 Euro wert, der ein oder andere kann sich denken, was das ist. So, fangen wir an mit IQ Option, ich habe eine E-Mail bekommen, als Affiliate, ich bin auch als Trader angemeldet, aber ich habe die E-Mail als Affiliate bekommen, was ich daran erstaunlich finde, die wollen das den Trader noch vorenthalten, also das ist wirklich eine Special Neuigkeit, ich haue sie hier raus bei YouTube für dich. So, worum geht es? Erstmal will der Biniere Optionen verbieten in ein paar Monaten, ich möchte jetzt hier nicht alles neu wiederholen, daher schau dir bitte zuerst mein letztes Video an, falls du es noch nicht kennst. Aber kurz gefasst nochmal, Biniere Optionen werden verboten, was dauert noch 6, 7 Monate, also jetzt muss man erst richtig durchstarten und CFDs kriegen Hebel von 1 zu 30. Das steht alles hier. Und jetzt kommt die Neuigkeit. Also, offiziell sagt IQ Option, als Ersatz für die verbotenen Handelsinstrumente plant IQ Option die Einführung eines neuen Produkts, das bei europäischen Kunden beworben werden kann. Schau dir bitte mein letztes Video an. Ich habe, wo alle Panik geschoben haben, als einziger gesagt, ja, die Broker sind nicht dumm, die werden auch Alternativen finden und vielleicht neue Produkte erschaffen, umbenennen. Und genau das plant IQ Option und IQ Option ist einer der führenden Broker. Also, interessant. Was das für ein Produkt sein wird, haben die noch nicht verraten. Darauf bin ich sehr gespannt. Abwarten. Und, ja, gut. Nächste Neuigkeit. Na, das waren wir zum Schluss. Erstmal zu meinem YouTube-Kanal. Und zwar möchte ich den YouTube-Kanal umbenennen. Vielleicht hast du eine Idee. Kannst du es bitte kommentieren? Also, ich habe überlegt, weil man kennt mich ja unter Bullboss aus dem Trading.eu-Forum. Bullboss Trading. Oder vielleicht Bullboss Lifestyle wegen den Vlogs. Bullboss alleine wäre mir zu kurz, glaube ich. Weil ich werde auch immer angeschrieben als Bullboss. Und bin ihre Option Tablet muss halt geändert werden. Das ist halt alt. Bin ihre Option. Naja, nee. Alternativ. Ich weiß ja nicht, wieso du hier auf den Kanal gekommen bist. Vielleicht irgendwas im Trading.eu-Traden. EU-Trading. Ja, klingt auch komisch, oder? Ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht allein. Bullboss Trading ist so mein Favorit. Was haltet ihr davon? Lieber doch irgendwas Richtung Trading.eu. Naja, gut. Schauen wir mal weiter. Jetzt geht es um den Premium-Bereich auf Trading.eu. Ah ne, vorher noch kurz die Neuigkeit. Das V3 Elite Signal kriegt ein Update. Die Signale wurden an die aktuelle Marktlage angepasst. Die Signale sind treffer- und zielgenauer. Der Algorithmus wurde verändert. Und ich möchte nicht jetzt sagen, was jetzt hier neu ist. Weil es wird auch paar neue Features geben zum V3 Elite Signal. Die werde ich dann auch verkünden im nächsten YouTube Video und nicht jetzt. Ja, das hat alles seine Zeit. Das dauert leider, weil es doch komplexer ist. Ich möchte, ich bin immer so ein Perfektionist. Ich möchte, dass alles perfekt ist. Und das sind auch große Erwartungen an das V3 Elite Signal. Weil als es rauskam war vor einem halben Jahr. Und da hat sich auch Volatilität und so verändert. Also das sieht man jetzt vielleicht nicht. Ist zu kompliziert. Möchte ich nicht drauf eingehen. Ich möchte nur damit sagen, gib mir bitte noch ein paar Tage Zeit für das Update. Das wird es dann kostenlos geben für alle, die Premium sind auf Trading.eu mittlerweile. Also wie immer. Jeder, der das hatte, kriegt das Update auch kostenlos. Aber dauert halt noch ein bisschen. Das tut mir ein bisschen leid. Aber dafür wird es umso besser sein. So. Jetzt zeige ich den Leuten, die noch kein Premium haben oder sind. Was es denn Schönes gibt auf Trading.eu. Aha. So. Wow. AvaTrade haben wir als neuen Broker. Im Petto. Und zwar. Wenn du. Das Binary Blooport Template V3 haben möchtest. Plus die V3 Elite Signale. Plus das Update, was bald rauskommt. Plus in unsere aktive Telegram Gruppe kommen möchtest. Dann hast du die Möglichkeit, dich bei AvaTrade über Trading.eu anzumelden. Du gehst auf Trading.eu. Klickst auf V3 Elite Status. Dann weiter mit AvaTrade. Was ist jetzt das Besondere daran? AvaTrade ist einer der führenden Broker für CFDs. Sehr, sehr seriöser Broker. Wenn man auf AvaTrade.com mal geht, dann kann man sich das mal sich selbst anschauen. Das Besondere ist jetzt, du kriegst Trading.eu Premium, Template, Signale, alles mögliche, nur mit einer Ersteinzahlung von 100 Dollar. Hier steht 250, ist Standard, wie bei Finmax. Mit 100 Dollar kriegst du auch Trading.eu Premium mit dem Template und so. So, das wollte ich auch gesagt haben, jetzt zum Trading Video. Habe ich angekündigt, ist nie hochgeladen worden. Kommt morgen. Tschüss. 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 Tschüss.